Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Ich wollte jetzt erst einmal hier rausnehmen, was wir schon haben. Wir haben zum Beispiel das Head schon gebaut. Wir haben... Nanu. Wir haben den Battery Charter gebaut, das nehme ich jetzt auch raus. Den Fabrikator brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Ein Aquarium werde ich mal auch bauen. Nur damit wir so einen Anhaltspunkt haben, was uns vielleicht noch fehlt, machen wir es mal so. Was braucht denn der dann? Klarstahl. Okay. Und weiterverarbeitetes Glas. Okay, verstehe. So, davon brauchen wir noch was. Quarz, aber wir brauchen hauptsächlich Kupfer. Da geht es wieder in so ein gelbes Ding rein. Kupfer ist sehr gut. Da ist es begeert. Aua. Stimmt, ich habe dazu das Bautool und nicht das Scanner-Tool. Ja, das hätte ich umwechseln sollen. Jetzt hätten wir zumindest einmal für die Energie alles. Es ist aber noch zu wenig, zwei Kupfer. Ein drittes Kupfer und wir brauchen... Wie viele brauchen wir davon? Ah, eines. Okay, wo ist mein Zuhause? Also da. Wir haben auch zu wenig Tafelkorallen brauchen wir auch noch. Das Ding sollte ich auch mitnehmen, ja. Okay. Ich brauche als erstes einmal, ja. Hammer. Das heißt, wir müssten einen Moonpool bauen können. Brauchen wir alles nicht. So, was hält man denn da noch? Ähm... Genug für eine Batterie. Nachdem wir jetzt eine Batterieladestation haben, ist es eigentlich egal. Dafür können wir jetzt noch mehr mitnehmen. Okay, dann bringen wir das mal rüber. Und bauen vor allem mal die Energie auf. Und außerdem lege ich den Scanner jetzt wieder auf die zwei und das auf die drei. So. Achso, das wäre schon cool, wenn wir einen Moonpool bauen können. Also Scanner, der braucht jetzt mal unsere... Ich bin zu wenig Kupfer. Okay, egal. Wir sind gerade voll. Wir müssen das jetzt erstmal ausladen. Das erste ist die Energie. Denner haben wir notfalls hier oben. Titan haben wir auch noch jede Menge. Das kann ich gerade nichts nehmen. Lass es da nur. So, wir haben Energie. 75 Energie, das ist immerhin schon was. Battery Charger. Null. 100 Null. Wir haben eine Power Cell. So. Du gibst mir mal das und das. Dann können wir einen Moonpool bauen. Die Frage ist nur, wohin? Soll man wirklich da hier bauen? Keine gute Idee. B-Partners. Soll man da hier bauen? Jeder da hier? Ja. Ich denke, das wäre einfacher, da rein zu kommen. Definitiv. Gut. Gut. Dann könnten wir mal dann jetzt mal da reingehen und sagen, Moonpool brauche ich nicht mehr. Könnte ich hier einen Plant aufhängen? Oder warte mal. Dann machen wir es doch ganz anders. Machen wir doch hier die Lagerkästen. Was haltet es davon? Zumindest, wo wir wissen, dass nichts anderes hinkommt. Nämlich ja. Ah, hier? Dann haben wir nämlich da drüben das andere Teil. A-F für so Sachen wie Planter und Co. Schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Plan, schau. Da werde ich definitiv mehr als eines wollen. Oh. So. Haben wir irgendwo noch? Mal noch. Ich baue die mal fertig. Ich bin gespannt. Kann ich nicht. Kann ich sie essen? Ja. Gut. Andere Idee. Ich gehe die mal mit dem Messer bearbeiten. Oh. Den haben wir vergessen. So. Cool. Oh. Okay. Da war was Neues. Cargo da. Holen wir uns mal von da alles. Vor allem gehen wir jetzt mal Pflanzenärgern. Okay, der Pflanze kann ich offensichtlich gar nichts tun und da kommt auch nichts raus. Was haben wir da? Was haben wir da? Siehst du da? So. Lass mich einmal da hoch. Wobei ich möchte runter auch mal reinschauen. So. Mist. Ich kann die nicht. Hm. Hm. Das heißt, ich kann nur schauen, dass ich davon immer ein paar im Inventar habe. Mitnehmen selbst kann ich es nicht. Schwiefel. Das ist ein Schwiefelbad hier. Das ist gut. Oh. Die Pflanze scheint kaputt zu sein. Nicht gut. Nochmal hier noch. Ich meine, es wird Plante aus irgendeinem Grund geben. Irgendwas kann man anbauen. Die Frage ist nur, was? Ich meine, so eine kleine Hitzepflanze für zuhause wäre auch nicht schlecht. Das ist gut. 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 Das war leider kein Limestone, das war nur Titan, aber okay, nehmen wir auch. Hallo meine liebe Station, da brauche ich nichts, da brauche ich was, kann ich dir eigentlich nichts kennen, nein, okay, tschüss. Macht man die Türe nicht nur mal zu? Ja, macht man. Kann ich auch nichts kennen, okay. So, einmal nach unten. Wobei ich gerade sehe, ich kann den Planter ja eigentlich auch schon raushauen. Genau, da brauche ich nichts mehr. Magnet. Silber. Silber. So. Okay. Ein Aquarium wollte ich noch bauen. Der hier ist noch nicht fertig gebaut, weil Barz fehlt, okay. Also, ich möchte ein Aquarium. Dann hätte ich gerne noch einmal... Ja, wo habe ich denn? Ein Board. Ich habe doch ein Battle... Achso, da. Da oben drüber könnte ich spawnen. Ich komme dann noch rein und raus. Ich komme dann noch rein und raus. Okay. Okay. Ich könnte noch einen Scannerraum planen. kommen. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Ich bin gerade rausgesprungen. Mal. So, und dann hätte ich gerne... Nein, nicht, dass er sich da dran bindet. Der soll sich schon an das andere da anbinden. Er will sich da unbedingt einen Moonpool anbauen. Okay. Richtig dazu, die hier sind die Vulkane im Weg. Oder von mir aus im Moonpool, aber auf der anderen Seite. Hier irgendwo. Wo geht's? Okay. Kupfer. Was bringt mir eigentlich... Kann ich das hier abbauen? Okay. Müsste ich alles, was da ist, abbauen vorher. Okay, dann machen wir das mal da drüben weiter. Da kann man einen... Ob die Schrift macht noch keinen Sinn, dazu haben wir noch zu wenig. Gold, Silber, Lithium... Da gebe ich mal das Essen rein. Die sind alle voll. 96, 61, 71, 1%. Okay, mein Flashlight sollte ich auswechseln. Nimm die bitte eine 100% Batterie und leg die leere da rein rein. Danke. Wie schaut's aus bei den anderen. Das hat noch 26, das heißt, wir können auch hier sagen, wechsel die Batterie bitte auf eine Rolle. Und die 26% gehen wir da her. Funktioniert ohne Probleme. Gut. So. Also Kupfer. Mal Kupfer. Oh. Was haben wir da? Aquarium-Modul. Gut, das haben wir schon. Ja, der. Aber ich meine, haben wir schon ein Modul. Wir können zwar Ding noch nicht wirklich bauen, aber wir hätten ein Modul. Limestone. Quarz. Kupfer. Kupfer. Wollt zielbar. Wir müssen auch gleich wieder nach oben, oder? Sind die schneller geworden? Zumindest nerviger. Ich gehe mal nach oben und fülle mal in Richtung unserer Basis. So. Warte, ich habe doch noch einen... Genau. Geht's mir auch wieder gut. Die Kuppe sollte ich jetzt erstmal verwenden für den Fabrikator. Damit kann ich den jetzt da raushauen. Wir haben den da. Okay. Come on. So. Was fehlte mir hier? Gold, glaube ich. Dann fehlt mir mal ein Gold. Dann fehlt mir nicht nur noch die Koralle. Und da habe ich auch eine Idee. Aha, kann ich nicht. Gut. Gut. Ja. Come on. Da habe ich zweimal Kupfer über. Nehmt mal alles hier da. Power Cell auch und das auch und das auch. Reicht. So. Da ist kein Quarz, das ist nur Magnetit. Moment, ich brauche die Koralle, die holen wir uns jetzt zuerst. Da brauche ich aber gleich zwei sogar. Dazu müssen wir mehr in Richtung Twisted Bridges. Ah, das ist mir schon gut. Da gibt es glaube ich Korallen. Zumindest habe ich welche gesehen. Fülle ich mir ein. Mann, 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 Mann. Gut. Weg da. Warum ja, sage mal, wie viele Rache wohnen denn da? Nein, mir reicht das jetzt erst mal. Ich habe zwei. Damit können wir jetzt den Scannerraum fertig bauen. Damit wird es sowieso interessant. Ja, gut. Und ich wollte ja noch eine zweite anfangen zu bauen. So, der Scannerraum kann also auch raus. So, Aquarium, da brauchen wir Glas. Und okay, nur noch ein paar Sachen hier. Hallo, Scannerraum. Ich komme mal. Okay. Du kannst mir Fragmente zeigen. Einen Computerchip und ein Magnetit. Computerchip. Gut. Ich brauche einen Computerchip. Für einen Computerchip brauche ich, weißt du was, wenn wir das jetzt alles aber daher bauen. Dann brauche ich dich da. Hier. Hier eigentlich auch nicht. Und dich auch nicht. So, dann könnten wir das da. Weil dann nehmen wir einfach den Moonpool hier zum Rein- und Rauskommen. Fertig. So, wir könnten dann hier. Ja, hier sollten wir nichts abbrauchen. Hier bitte den Fabrikator. Und das Batterie. Also zuerst das hier. Können wir da oben bauen. Batterieladegerät auch da oben. Voll, 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 voll. Auch nicht ganz voll. Okay. Ich bräuchte jetzt ein... Zweimal... Einen Computerchip. Hehe, ich brauche zwei Tafelkorallen. Okay. Okay. Na, geh raus da. Aber nicht mehr heute. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann können wir auch uns diese Fragmente hier anschauen. Bin ich gespannt drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.